Junge, wir fahren 13 kmh pro Stunde. Wir sind jetzt schon zu spät. Wir haben einen Schnitt von 93, das kann doch kaum sein, obwohl eigentlich schon, weil ich es auf der Autobahn zurückgesettet habe. Wir brauchen 9,7 Liter auf 100 Kilometer Diesel. Mir ist scheißegal, wie viel Sprit wir brauchen, mal lieber. Gib verdammt nochmal Gas. Die Schweizer drehen durch, die bohren schon Löcher in ihren Käse da drüben. Wo hat er Angst? Koko ist drehgeil. Herr Zinn, flexibel wie immer. Das ist DJ Antoine, für die Hauswerks TV, und wir sind live in Marrakesch. Tune meine neue Clique, ein Tag, ein Nacht. Servus, bist du vermischt, oder? Hi Erik, nice to meet you. Tschüssi, hi. Musik 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 Ja, hier bin ich, und ich will nicht warten. Da ist Herr Antoine. Antonio. Antonio, ja. Von den Swiss Abs. Von den Swiss Abs. Hey. Na zdrowe. Na zdrowe. Na zdrowe. Hallo. Hoi. Hi. Genial. Es ist einfach genial. Houseworks TV! Misch, es ist Houseworks TV. Hi! Wir sehen uns beim nächsten Mal. And no one going for a while. Ready? Ja, 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 ja! DJ Antoine in der Haus Es ist verrückt, wir sind in der Dessert, wir sind total lost. HausfrucksTV, Leute, das ist verrückt, man. So, wir müssen all den Weg runter. Und wir werden wirklich f***ed. So, der Dombrignon ist nicht wunderschön für uns. Wir haben nur Mineralwater, wir haben nur nichts. Und wir werden in der Ruhe. So, HausfrucksTV, bis zum nächsten Mal. Acht? So sweet. Ich verstehe. Ich verstehe. Mich, wie geht's dir heute? Perfekt. Natürlich sind wir, wie immer. Wir arbeiten hart. Du denkst, du kommst nach Marrakesch zurück? Natürlich. Wir gehen zusammen, Party Party Party? Party Party Party, für sicher. Okay. Mein Bruder mit einer Mutter. Und hau ab! Geht's? Wir sind seit vier Stunden am Laufen hier. Es geht gar nicht! Der Antoine muss aus dramaturgischen Gründen nüchtern bleiben. Darf ich singen. Die Mädels sind auch schon da. Die Tänzerinnen. Genau. Die Styling-Abnahmen machen, weil wir warten hier auf die Styling-Abnahme jetzt bitte. Was ist Styling-Abnahme? Einfach sagen, die Styling-Abnahmen kommen mit rechtlichen Sachen, damit wir die abstimmen. Jetzt kommen die Mädels. Wenn jetzt das Abendlicht hinten durchschießt und da Kamele noch... Die Sonne geht genau da hinten und da schräg. Und die kommt schräg hinten rein. Und dann die Kamele. Die Kamele lauft da hinten durch. Da, in der Tiefe. Ja? Und die Jungs liegen da hinten, dann totale Tänzer tanzen hier vorne so. Lass laufen, Schubert! Donnerfum 11. Seht. Okay, wie geht's? Cut! Ich will eine Sache! Ja, was du sagen? Heute, Whitney is very motivated. Why? Why are you so motivated? Tell me. I don't have my book. This is Houseworks TV. So this is our last day. And we are totally delayed. But we go now on the airplane. We go back to Switzerland. To Zurich. And have fun. Houseworks TV, I'm out here. DJ Antoine gone wild. canopy. Oh, oh. Okay, good. Let's go. Okay. So that's why I cut us off. Okay. Okay, okay. I'm going to show you what I'm going to do here. Vielen Dank.